Wir schauen uns heute die Funktionsweise der IR-Marke an und die Ausgangssituation ist die folgende. Nehmen wir an, wir haben ein Unternehmen, machen wir jetzt mal die Julians Fashion GmbH und die meldet jetzt eine Marke an beim Deutschen Patent- und Markenamt. So, diese Marke wird auch nicht nur angemeldet, sondern auch eingetragen und jetzt hat die Marke Schutz in Deutschland, aber auch nur in Deutschland. Die Marke hat keinen Schutz in Mexiko, keinen Schutz in Japan, keinen Schutz in China. Jetzt expandiert aber unser Unternehmen und wir wollen noch Schutz in den USA, in Mexiko, in der EU und in Japan haben. Und jetzt könnten wir natürlich, ja ich sag mal, zu den jeweiligen Ämtern hinlaufen und dort einen Antrag stellen. Also beim USPTO, also das amerikanische Patent- und Markenamt, da könnten wir natürlich ganz normal einen Antrag auf Markenanmeldung stellen. So wie wir es in Deutschland gemacht haben. Das gleiche in Mexiko, das gleiche beim EU-IPO für die EU, das gleiche für Japan. Da könnten wir natürlich einen ganz normalen Antrag stellen. Das wäre möglich. Das Problem ist aber, erstens wäre das super zeitintensiv, weil ihr müsstet hier einen Antrag ausfüllen, hier einen Antrag ausfüllen, hier einen Antrag ausfüllen, hier einen Antrag ausfüllen, nehmen wir an, ihr wollt noch in 10 weiteren Ländern Schutz beanspruchen, dann müsstet ihr 10 weitere Anträge ausfüllen. Das ist natürlich super zeitintensiv. Im Übrigen, ja okay, Englisch kann ich vielleicht noch, ja Spanisch, uff, da müsste ich nochmal ein bisschen mein Spanisch wiederholen, aber jedenfalls Japanisch kann ich nicht sprechen und auch nicht verstehen. Das gleiche Chinesisch und so weiter. Das heißt, einen normalen Antrag hier in Japan, den könnte ich gar nicht ausfüllen, weil ich habe Sprachprobleme. Das ist das nächste Problem. Und außerdem gibt es zum Beispiel in Deutschland diese Regelung hier, wer im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einer Marke nur gelten machen, wenn er einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat. Okay. Das heißt, hier, wenn, ja, nehmen wir an, diese Regelung gibt es auch in Japan. Ja, ich wohne nicht in Japan und dementsprechend bräuchte ich dann zwingend einen Anwalt, den ich hier nehmen müsste in Japan. Und wahrscheinlich gibt es diese Regelung auch in Mexiko. Ich meine, die gibt es auch in China, bin ich mir ziemlich sicher. und da müsste ich mir einen Anwalt in Mexiko nehmen und ich müsste mir den ja auch erst nochmal suchen. Also ich müsste einen Anwalt suchen in Mexiko und den dann nehmen, einen Anwalt in Japan suchen und den dann nehmen, einen Anwalt in China suchen und den dann noch bezahlen. Also das kostet mega viel Geld. Also ihr wisst, Anwälte sind nicht günstig und deswegen wäre das hier insbesondere wegen dieser Anwaltskosten super teuer. Und hier kommt jetzt die internationale Markenregistrierung ins Spiel. Die sagt, okay, du hast eine Marke in Deutschland. Jetzt kannst du zu deinem Ursprungsamt gehen. Also wir haben hier eine deutsche Marke, das heißt unser Ursprungsamt oder Office of Origin heißt es im Gesetz, ist das deutsche Patent- und Markenamt. Und jetzt erlaubt diese internationale Markenregistrierung, die auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruht, nämlich dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen. Du kannst einen Antrag bei deinem Ursprungsamt stellen, hier das deutsche Patent- und Markenamt, und in diesem Antrag kannst du dann hier Länder ankreuzen, zum Beispiel EU, US, Japan, Mexiko, man könnte aber auch China, Chile, Schweiz, Rumänien, was auch immer ankreuzen. Und dann läuft es wie folgt ab, du schickst diesen Antrag an das deutsche Patent- und Markenamt, du musst dort natürlich auch ein bisschen Geld zahlen für die Stellung des Antrags, aber dann geht das von dem deutschen Patent- und Markenamt an die WIPO. Das ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum, World Intellectual Property Organization, und die sitzt in Genf in der Schweiz. Und bei der WIPO wird das auch nochmal ein ganz bisschen geprüft, aber nur formell. Auch hier wird das primär nur formell geprüft. Und von der WIPO geht das dann an die jeweiligen Länder, die ich hier angekreuzt habe. Bei der WIPO, da gibt es halt so ein internationales Register, und dann wird das dort eingetragen, und von der WIPO geht das dann an die Länder, die man hier in dem Antrag benannt hat. Also zum Beispiel USA, Mexiko, EU und Japan. Und das ist also so ein gebündeltes Verfahren. Dieses Verfahren ist also vereinfacht gesagt ein einfacher Weg, viele nationale Anmeldungen zu stellen. Deswegen bin ich nicht so ein Freund von dem Begriff IR-Marke, aber okay, das ist ein anderes Thema. Also diese internationale Markenregistrierung ermöglicht es mir, gebündelt ganz viele nationale Anträge zu stellen, und ich brauche auch theoretisch keinen Anwalt. Und wenn ich einen Anwalt nehme, dann brauche ich nur einen Anwalt. Und zwar nur diesen Anwalt hier in Deutschland, der mir hilft, diesen Antrag hier auszufüllen. Das heißt, man reduziert hier mit diesem Verfahren massiv die Anwaltskosten. Außerdem ist es natürlich auch nicht so zeitintensiv, weil man muss nur einen Antrag stellen. Man muss keine 10 oder 15 oder 20 nationalen Markenanmeldungen stellen und Anträge ausfüllen, sondern nur einen Antrag. So, und man hat natürlich auch den Vorteil der Sprache. Und zwar wird dieser Antrag, wie ihr hier sehen könnt, meistens auf Englisch ausgefüllt. Man kann ihn auch auf Französisch ausfüllen oder auf Spanisch. In Zukunft auch auf Chinesisch, meine ich. Also, ja, und ich kann Englisch sprechen. Jeder von euch kann wahrscheinlich Englisch sprechen. Und dementsprechend, genau, ist die Sprache auch kein Problem. Und dann ist das ja von der WIPO an die jeweiligen Länder gegangen. Und dann gibt es bei den jeweiligen Ländern halt so eine Regelung wie den 113-Marken-Gesetz hier. International registrierte Marken werden in gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach Paragraph 37 auf absolute Schutzhindernisse geprüft. Das heißt, die USA prüft jetzt, ist das in Ordnung mit dem amerikanischen Recht? Ist das Mexiko, das mexikanische Patent- und Markenamt prüft, ist diese Markenanmeldung, die über diesen Antrag hier gestellt wird, ist die okay mit dem mexikanischen Recht? Und die EU prüft das natürlich nochmal, ist das in Ordnung mit dem europäischen Recht? Und Japan prüft, ob diese Markenanmeldung hier okay ist mit dem japanischen Recht? Also die jeweiligen Länder, die ihr hier benannt habt in dem Antrag, die prüfen nach dem jeweiligen nationalen Recht nochmal, ob diese Markenanmeldung in Ordnung ist. Und so kann es dann auch mal sein, dass eine international registrierte Marke, ja, die wird zwar für Amerika angemeldet, aber Amerika, ja, verweist diese Anmeldung zurück, aber Mexiko findet diese Anmeldung okay und die EU auch und Japan auch, aber Amerika hat die halt zurückgewiesen. Das kann es definitiv geben. Genau, dann haben wir unsere drei Probleme gelöst und das war es dann von dem heutigen Video. So funktioniert die internationale Markenregistrierung. Ihr müsst halt nur die Funktionsweise verstanden haben. Hinten im Markengesetz gibt es dann noch, ja, so ein paar Hinweise zu der internationalen Markenregistrierung, aber die sind nicht wirklich lausurrelevant. Genau. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.